Moin moin hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zur dritten Resident Evil 6 Folge mit mir, dem Dre und mit der Kaniac. Nein, ich geh weg, ich geh weg, ciao. Warte, ich komm mit. Ich komm noch mit. Nein, geh weg, geh weg. Wir sind hier in der Tiefgarage und wir sind hier zum allerersten Mal. Wir wissen überhaupt nicht was hier abgeht. Deswegen gehen wir jetzt hier mal durch diese Tür durch. Diese Funktion ist der Hammer. Die ist das genialste bisher. Ich bin mal gespannt, was uns das spielerisch noch bringt. Irgendwie dieses Ausweichen und so. Ob uns das was bringt. Ich werde nie dran denken. Das zu benutzen? Ne, wahrscheinlich nicht. Oh, guck mal. Help! Ja, da gehen wir hin, oder? Was würde ich sagen, die direkt erschießen? Das kenn ich woher. Ja? De-ja-vue. Ja? Ein bisschen. Ey, wie viele da auf einmal hinkommen, ist der Hammer. Und die merken das auch nicht. Leon, es ist zu spät. Ich finde auch gut, wie lange er jetzt überlegt, ob sie recht hat. Moment. Ja, okay. Sie haben recht. Verschwinden wir von dir. Oh man. Ja, okay, wir lösen es auf. Wir haben das eben gerade schon mal aufgenommen. Also, wir haben es gespielt, aber Elgato hat es nicht aufgenommen. Elgato ärgert mich schon wieder ein bisschen. Äh, macht es, macht es normalerweise nicht. Also, schon länger nicht mehr. Wer weiß. Na gut. Okay. Das Gute daran ist aber, dass wir ungefähr wissen jetzt, wie die Steuerung funktioniert. Äh. Ja, aber wieso bin ich jetzt eigentlich noch da, wenn dich Elgato schon ärgert? Dann ist ja eigentlich meine Aufgabe schon wieder weg. Achso, ich wollte gerade sagen, helfen. Was hat Elgato jetzt damit zu tun? Ich habe etwas von einem Nebel. Wenn dieses Ding gasförmig war, infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen. Da, schau. Tennisplätze. Stimmt, wo sind wir hier? Aber warum ist es dann so stark? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ey, er hätte echt nur noch sagen müssen, es ist still, zu still. So wegen diesem ganz schlechtes Gefühl. Das ist schon so klischee-mäßig. Naja. Äh, was wollte ich denn gerade sagen? Ich wollte irgendwas Witziges gerade sagen. Du? Nein. Doch, doch. Ich hatte mir extra was aufgeschrieben. Warte. Jetzt war ich extra weit weg von der Dose. Und ich wollte es gerade sagen, lass doch diesmal nicht irgendwie eine Dose. Naja. Das wollte ich nicht. Ja, schon wieder. Ja. Sie lernt aber auch nicht aus ihren Fehlern. Niemand sollte aus ihren Fehlern lernen. So, ich rob da jetzt runter. Ne, kann ich nicht. Oh, man kann in Deckung gehen. Guck mal. Was? Was? Oh. Ah ja. Tschüss. Mach mal. Ziel. Das ist ein Deckungsshooter. Das ist ja innovativ. Ups. Zwei Fähigkeitsdinger. Zwei sogar? Ich habe nur einen bekommen. Der fällt gleich um. Ich hatte zwei. Ah ja, wir können hier gehen, währenddem wir zielen. Ja. Da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen, wenn man... Warte, ich wisch hier mal auf. Ich wisch hier mal auf. Warte, warte. Okay, okay. Warte. Kriech mal wirklich dran vorbei. Ich mach's aber. Ja, ja, ja. Oh, jetzt bin ich in Deckung. Hallo. Was ist das für ein Spiel? Ja, hi Elena. Was machst du da? Oh, schade. Jetzt haben wir gar nicht das mit drauf, was wir hier vorhin... Okay. Das Wettrennen? Es war eine saulustige Folge, die wir aufgenommen haben. Das muss man einfach mal so festhalten. Es war saulustig. Was? Nein. Aber wir spielen ein Horrorspiel verdammt. Scheiße. Das kann nicht lustig sein. Ja, darum hat Elgato auch gesagt. Nee, so nicht. Ihr macht das jetzt bitte gruselig. Jetzt bitte noch mal ein gruselig. Vielen Dank. Oh, das... Achso, das sind Flaggen. Ich dachte schon, da hängen Säcke mit irgendwas Rotem drin. What? Wo bist du denn? Dort bei der Tribüne. Achso, okay. Da in der Richtung. Ja. Es ist schon... Ich bin Action Leon. Ich mach hier alles kaputt. Immer mitten in die Phrase rein. Ähm... Oh. Das ist ja praktisch. Ich sehe gerade, dass ich noch die Heil-Items und Munition und alles vom vorigen Spieldurchgang habe. Echt? Wenn wir die 20 Minuten durch haben... Wissen wir auch schon wieder nicht mehr, wo wir sind. Ja. Oder wer wir sind. Vielleicht... Wer wir sind, wissen wir so nicht. Aber vielleicht kommen wir sogar ein bisschen weiter als vorher. Ja, so wie wir jetzt durchrasen, schon. Eigentlich schon, ne? Vorher haben wir uns hier wirklich umgeguckt. Oh Gott. Wie geil. Was war das denn, Alter? Da hast du wirklich zwei Waffen. Wow. What, Mädchen? Danke für die Hilfe. Wow. Gut. Gute Arbeit. Vielen Dank. Boah. Ähm... Deine... Dein Name ist gelb. Heißt das, du hast wenig Energie? Ah ja, tatsächlich. Ups. Oh, hast du das für das Aceberry genommen? Nein. Weil du hast mich nämlich auch gehalten. Vielen Dank dafür. Okay. Ich hab noch eins. Stimmt, dann hast du ja davon auch zwei. Ja, das hast du jetzt benutzt, damit es ein bisschen fairer bleibt. Ja, genau, genau. Ja, ja, richtig. Nur deswegen. Sonst beschwert sich ja YouTube. Das hab ich jetzt schon gehört. Oh. Ey, was? Das funktioniert wie Auto-Aim. Wenn du L2 und R2 ziemlich gleichzeitig drückst, dann hast du sowas wie Schnellfeuer. Das ist fast Auto-Aim. Okay. Aber zielt das auf den Kopf, oder? Nein, auf den Kurs, oder? Das hab ich jetzt nicht ganz rausgefunden. Okay. Ich hab einen neuen Sprengsatz gefunden. Ich hab zwei oder drei schon. What? Drei, ja. Oh, scheiße. Das war der falsche Knopf. Achso, du siehst mein Inventar nicht mehr. Ne, leider nicht. Das war ja in fünf. Leider nicht. Uh, man kann den... Man kann dreier... Ja, kann man tatsächlich. Man kann dreier, äh, grüne Kraut nochmal mit einem grünen Kraut kombinieren. Und hat dann auch wieder ein sechser grünes Kraut. Falls das irgendwie Sinn ergibt. Ah. Irgendwie geht das mathematisch nicht auf. Nicht so wirklich, ne. Aber die sehen anders aus. Also rot, grün ist dann leicht gelblich. Was machst du da? Okay. Ja, Zombies clear. Ja, ja. Und deswegen fliegen die Blätter durch die Gegend. Ja. Das ist so ein Nebeneffekt. Hab ich dir jetzt Schaden zugefügt? Ne, oder? Nein. Okay. Weil ich hab auf den Feuerlöscher geschossen, falls du dich mitglücklich hast. Ja. Wir haben nämlich herausgefunden, Brandgranaten wirken auch gegen uns. Ja, stimmt. Die sind Friendly Fire mäßig, äh, sehr negativ. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Okay, dann gehen wir zu diesem Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Ja, warte. Alter, er schießt so schnell, wie ich drücken kann. Das ist ja der Hammer. Ne, nicht der Hammer. Hör mal auf mit dem Hammer. Kennst du das, wenn du irgendwie Sachen sagst und irgendwann merkst, dass du sie sehr oft wiederholst, dass du dir damit dann selber auf die Nerven gehst? Wow, das war gut. Ja, ich versuche Munition zu sparen. Ja, ich wollte sie eigentlich umrennen. Naja. So, wo ist denn dieses Tor? Wo ist denn dieses Tor? Da steht schon wieder so ein Party-Pupe. Aus dem Weg, ich bin Action Leon. Oh, jetzt habe ich verraten, welches Kapitel das hier ist, welches Szenario. Was? Action Leon? Oh. Aha. Ah. Ich gehe mal an diese Tür rennen. Hannigan, das Tor ist verschlossen. Können Sie helfen? Leider nicht von hier. Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Irgendwie kommt mir Hannigans Stimme bekannt vor. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, aber nicht aufgenommen. Okay. Aber ich weiß immer noch nicht, woher. Egal. Ach, schade. Aber vielleicht weißt du es ja YouTube. Eigentlich weiß YouTube alles. Das Ding ist, bei uns haben wir noch zu wenig Leute. Ja. Aber ich finde es ganz geil. Das kann ich ja an dieser Stelle immer sagen. Resident Evil 4 ist jetzt durch. Letztes Mal, als wir Resident Evil 5 aufgenommen haben, lief Resident Evil 3 noch. Und ähm... Und der vierte Teil, der wurde sehr gut angenommen. Also... Überraschend viel. Man weiß nie, was einen erwartet. Verstanden. Ähm... Zuschauer. Also ungewöhnlich viel für meine Verhältnisse. Danke dafür übrigens. Und fürs Like. Ja, Entschuldigung. Ich habe mir halt fünf Fake-Accounts gemacht. Okay, das wäre mir so egal. So, ich gebe mal das Passwort ein, oder wie? Warte mal, ich nehme hier noch das grüne Kraut und dann kannst du von mir aus das Passwort gerne mal eingeben. Dass du ja weißt. Ja, okay. Mach ich doch. Da, guck. Ich guck. Jetzt? Gleich? Irgendwann? Muss ich mit dazu kommen? Okay. Ja, schon. Hab ich gemacht. Toll hast du das gemacht. Toll. Ja, du hast das gemacht. Nein, du. Du hast es so lange gebraucht. Jetzt ist es losgegangen. Sonne, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Ich hab's gleich. Nicht stressen hier. Jetzt springen wir hier schon wieder durch die Fenster. Was ist denn da los? What the fuck? Es sind jetzt vier Stück hier drin. Elena, du bist ein bisschen pessimistisch. Oh, die hat Angst. Danke, dass du mir hier die Sicht vernebelst. Kein Problem. Ich sehe nichts. Ich will hier diesmal den S-Rang bekommen. Knack. Okay. Du hattest doch auch den S-Rang beim ersten. Also beim fünf verteilen. Äh, aber nicht im ersten Kapitel. In der ersten Folge. In der ersten Folge. Doch, doch. Danken wir beide einer. Nee, nee. Ich hab's erfolgt. Ich hab'n A, du hast'n S. Nein. Doch. Nein. Guckst du nochmal an? Okay. Sicher? Wir müssen hier raus. Gewalt. Oh, mir geht die Munition aus. Wie kann das denn sein? Oh, ich hab' keine Ausdauern mehr. Oh, shit. Tick, tack. Faster, los! Schon wieder so viel Loot. Das da noch so rumliegt, ne? Ja. Puh, okay. Diesmal wurde ich gar nicht fertig mit Wiggling. Wiggle, wiggle. Ja, kann sein, dass ich jetzt rechtzeitig die Köpfe zerschossen hab. Weil, während du da am Wigglen warst, musste ich zwei Köpfe zerschießen. Das hab' ich diesmal geschafft. Ich glaub' letztes Mal nicht. Ah, und der, der zuerst fertig ist? Wahrscheinlich, ja. Okay. Oh, guck mal! Ein Schlangenwappen. Was? Wie hast du das denn gefunden, Gray? Ich weiß es nicht. Es ist einfach... Das ist ja klasse. Unglaublich. Helena. 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 Hier drüben. Wie entspannt. Helena. Ist ja nichts los. Man merkt, das ist nicht Chris. Grüße an RedTed7 wieder mal. Immer wenn ich an Chris denke oder Chris sage, muss ich immer RedTed7 grüßen. Das ist alles. Der, der das glaub' ich auch noch anscheinend guckt. Auf jeden Fall hat er heute... Wow. Oh. Daneben gekickt. Ich geh auf drauf mit hin. Daneben geschlagen. Auf jeden Fall hat er heute die erste Folge von Resident Evil 5 geteilt. Okay. Cool. Hab' ich gesehen. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Warte. Da. Das Messer. Oh. Oh. Lotto-Kills sind so. Wie heißt das nochmal, wenn man das macht? Ähm. Ich weiß es gar nicht. Ich kenn mich mit Wrestling leider nicht so gut aus. Sonst würd ich es jetzt wissen. Ich nicht mehr. Oh. Vielen Dank. So. Gute Arbeit. Diesmal kriegen wir die Trophäe. Ich weiß nicht, ob es die hier auch gibt. Ähm. Dieses Partner-Dingsbums. Aber diesmal kriegen wir sie. Also. Wenn's die gibt. Aber diesmal kriegen wir sie. Geh doch drauf. Haben wir das nicht beim letzten Mal auch gesagt? Ja. Aber da haben wir nicht genug Kreis gedrückt glaub' ich. Ja. Das wird's gewesen sein. Vorwärts. Jaja. Moment. Sehr gut. Ich muss noch grüne Pflanzen einsammeln. Okay. Kein Stress. Hatte der grad echt ne Axt in der Schulter? Ja. Hast du auch noch gesehen? Okay. Äh. Guck mal. Genau. Da hab ich jetzt mindestens 4-5 Kopfschüsse verpasst. Trotzdem. Am Leben gewesen. Ähm. Genau. Bei der letzten Aufnahme wäre jetzt nämlich das Ende gewesen. Und jetzt sind wir nämlich schon hier. Und haben noch 5 Minuten. Das ist nicht schlecht. Wow. Äh. Dann können wir ja gleich mal. Wenn die Zombies hier weg sind. Obwohl du kannst dich ja kurz drum kümmern. Ich zeig YouTube ganz kurz mal hier. Äh. Die Fähigkeiten. Wir sammeln ja die ganze Zeit Fähigkeiten Punkte ein. Achso. Aber das geht hier noch gar nicht. Ah. Vergiss was ich gesagt hab. Ich dachte man könnte jetzt die skillen. Äh. Wir werden es herausfinden. Bleiben sie. Äh. Dabei. Wow. Das Häufeln kommt näher. Und es ist immer noch sehr dunkel. Ich glaube nicht dass man alles erkennen kann. Aber ja. Ach. Ach. Okay. Boah. Da steht er. Wieso schießt du denn dreimal einfach. Einfach mit der Taschenlampe auf dem Desktop. Ja. Das funktioniert. Einfach. Ja. Einfach die Taschenlampe am Handy in den Fernseher. Am besten von hinten durch den Fernseher. Weil die Hintergrundbeleuchtung ist ja das. Ja. Das was man braucht. Gut. Ähm. Geil. Dann kriegen wir jetzt hier noch die Tür auf. Und weil wir auf dem Campus sind ist hier irgendwie eine Flughafenkontrolle. Ich hab keine Ahnung was das soll. Ja. Amerikaner. Ich würde aber sagen wir gehen nicht da durch. Nicht? Okay. Wir müssen da durch. Scheiße. Ich dachte man könnte hier über den Schreibtisch. Schreibtisch. Angst vor dem Alarm. Warte. Liegt da oben. Muni. Auf dem Gerät. Auf dem kleinen Gerät. Hat er gerade einmal geklopft. Nee oder? Ich hör schon wieder Geräusche. Wo siehst du Munition? Ich seh nix. Auf dem kleinen Gerät da. Hörst du auf? Ich soll nur einmal dein Auto abholen. Warte mal ganz kurz. Ja. Hä? Ich soll einfach dein Auto abholen. Der Schlüssel steckt da. Ich will dich nicht stören. Ja, machst du aber. Ja, hau rein. Ja, verpiss dich. Tschüss. Wieso hast du überhaupt einen Schlüssel hierfür? Ja. Ciao. Ja. Willkommen YouTube und so. Ja, pass auf mein Auto auf. Ja. Ja, tschüss. Okay. So, das lass ich drin. Äh, Entschuldigung. Da wurde ich gestört. Ja. Und ich denk die ganze Zeit, wer klopft denn da? Ich hör doch irgendwann. Na ja. Das war ingame. Ja, was auch. Das war gescriptet. Das gehörte dazu. Wir haben jetzt noch zwei Minuten. Wollen wir hier durch das Ding durchgehen? Oder wollen wir warten? Oder wir machen Kniebeugen. Wir machen... Wir gehen durch. Komm, wir gehen durch. Warte. Warte. Jetzt hast du mich durchgeschoben. Das war ja klar. Warte. Oh, herrlich. Na gut. Ich würd sagen, ich setz hier einen Sprengsatz. Oh, hier ist ein Zombie. Oh, ich bin fast down. What the heck? Willst du vorkommen? Was macht der da? Oh. Zombie. Vielleicht müssen wir auch einfach durchrennen. Ich weiß es nicht. Oh, hier ist ein Typ in eine Axt. Oh. Hat der dich erwischt? Hat der dich erwischt? Ja. Oh yeah. Die hat mich erwischt. Okay. Helene. Helene. Aber die sind gar nicht durchgekommen. Die nächste rechts. Hannigan hat den... Hannigan hat den Durchblick. Jetzt einfach nur laufen. Ach so. Einfach laufen. Gut. Ja, ich glaub das sind zu viele, um hier jetzt wirklich irgendwie was auszurichten. Ich glaube, wir haben einen Fluchtwagen. Ey, die Betonung ist doch total für den Arsch. Mist. Was, wie bist du denn hier auf einmal reingekommen? Hier, da oben ist der Schlüssel. Oh, ich bin wirklich drin. Ich muss mich umgucken, aber er macht irgendwie nichts. Da. Okay, sie ist immer unter der Sonnenblinde. Guck doch bei der Sonnenblinde nach. Na also. Da, der Schlüssel. Toll, Auto geschrottet. Das ist nichts. Rückwärts. Ich hasse Quick-Term-Events. Angeschnallt? Nein. Ja. Ja. Fährst du jetzt? Nein. Ich musste grad immer nur... Viereck. R2, L2. Da hab ich mich geschrottet. Oh Mann, was soll das denn jetzt? Ist das euer Ernst? Mist. Darn. Und aussteigen, als wäre nichts passiert. Helena, ist alles in Ordnung? Helena, ist alles in Ordnung? Es geht schon. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Na ja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Die Abwasserkanäle. Äh, die Zombies kommen. Echt? Das ist schlecht. Ja. Ähm. Ja, ich wollte, eigentlich wollte ich kurz sagen, ähm, klar, man überschlägt sich mit dem Auto, äh, das Auto explodiert, noch ein paar andere explodieren und dann steigt man einfach raus und sagt, Mist. Hat ein Kumpel von mir in euch auch gemacht. War ganz okay. Genau. Wer sind sie denn? Helena. Alles okay. Oh Gott. Ich glaube, wir kommen zu keinem folgenden Ende. Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie. Wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Die Kanäle. Bio-Organische Banken. Ich werde alles gut ecken. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedenken. Fakten offen zu legen, verursacht oft zusätzliche Probleme. Eine Lektion, die ich beim Militär lernen musste. Bio-organische Waffen sind eine globale Wettung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten. Wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Wollen wir aber nicht. Sie kann immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Und dann hat er ihn einfach erschossen. Und dann hat er ihn einfach erschossen. Das wird kein Spaziergang. Na gut, äh, ja... Ich würde sagen diese Folge... Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Brauchen Sie mir. Ich weiß. Arbeit klingt so wenig nach Spaß. Wir wollen hier mehr Spaß. Wie die Folge beenden wir an dieser Stelle. Ich bedanke mich. Ich bin völlig durcheinander. Ich entschuldige mich vor allem für die kleine Unterbrechung zwischendurch. Und wenn es gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und tschüss. Ciao. Und diesmal ist die Aufnahme bestimmt was geworden. Danke.